Es sind 63 Jahre alt. Nach dem Einkauf im ältesten McDonalds der Welt gehen wir noch ins McDonalds Museum. Dann sehen wir es da noch. Das ist ein bisschen so gut. Das ist ein bisschen so gut. Ja, das ist ein bisschen so gut. Jetzt in den 70ern, Ray beginnt zu erleben die Ziele seiner Rechte. Er hat seine Geld für seine Lebensmittelung auf dem Team zu erfüllen. Er hat nur ein Baseball-Team gemacht. Das erste Angebotsschild, Hamburger 15 Cent. Ja, das ist die Werbung von damals. Hat er, Bild noch? Ja, das war's. Das war's.